Wir leben und wir sterben. Du entscheidest. Nichts ist schwieriger, als am Leben zu bleiben. Der Laden geht hoch! Letzte Nacht wurde eine Kollegin ermordet. Ebenso gut könntest du tot sein. Sie war meine Freundin. Die Stadt wird mit Heroin für 50 Millionen Dollar überflutet. Was ist das, Pop? Er ist ein guter Korn. Wie sein Vater. Sie wollen meinen Sohn töten! Dein Mann hat mein ganzes Leben kaputt gemacht. Jetzt habe ich das Recht, seins zu zerstören. Danke für die Hilfe. Auch wenn Mama sagt, du bist ein Mistkerl, habe ich dich noch lieb. Mama hat das gesagt? Über mich? Oh, shit! Weg den um! Das Spiel ist aus! Nicht schick! Nimm es nicht persönlich! Ohne Regeln wird der Kampf einfacher. Aber es ist schwieriger zu gewinnen. Code of Conduct Was ist das? Es ist ein bisschen... Aber es ist ein bisschen... Das ist ein bisschen... Ich glaube, es ist ein bisschen zu verletzat uns... Das ist ein bisschen...